Yo Leute, was geht? Euer Venetissi und so mitten im neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr auf der neuen DLC-Map Knockout Out of the Map gehen könnt. Der Glitch ist ziemlich einfach und hat bei mir sogar First Strike geklappt. Ihr kommt einfach zu dieser Stelle der Map und springt gegen die linke Seite des Tors, Wallrun dann oben und spamt dann, sobald ihr bei der Wand angekommen seid, die X-Taste. Und das war der ganze Glitch. Ihr überquert so eine unsichtbare Barriere und seid ein Out of Map. Und ja, wie immer, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Black Ops 3 Videos. Haut rein Leute, viel Spaß damit, euer Venetissi.